Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2040 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen und bin dann wohl einfach eingeschlafen. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen und bin dann wohl einfach eingeschlafen. Ich fühle mich jung und bin auf jeden Fall noch nicht zu alt für moderne Musik und Trendsportarten. Ich fühle mich jung und bin auf jeden Fall noch nicht zu alt für moderne Musik und Trendsportarten. Ich fühle mich jung und bin auf jeden Fall noch nicht zu alt für moderne Musik und Trendsportarten. Ich habe hier ein lustiges Video und hoffe, es gefällt dir genauso gut wie mir. Ich habe hier ein lustiges Video und hoffe, es gefällt dir genauso gut wie mir. Du gehst mir auf die Nerven mit deinem ständigen Nörgeln. Ich will mich nicht immer nur heimlich mit dir treffen. Ich kann noch nicht lesen, aber ich schaue mir die Bilder an. Ich kann noch nicht lesen, aber ich schaue mir die Bilder an. Schwarze und grüne Oliven sind in einer braunen Schüssel. Schwarze und grüne Oliven sind in einer braunen Schüssel. Schwarze und grüne Oliven sind in einer braunen Schüssel. Es ist zehn vor acht. Die Kinder schlafen noch, weil Sonntag ist. Es ist zehn vor acht. Die Kinder schlafen noch, weil Sonntag ist. Ich habe Löwenzahn gepflückt. Ich habe Löwenzahn gepflückt. Seit wann rauchst du Zigarren? Hast du eine ganze Kiste gekauft? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Durch das Strecken werden unsere Faszien und Muskeln gedehnt und wieder besser durchblutet. Durch das Strecken werden unsere Faszien und Muskeln gedehnt und wieder besser durchblutet. Die Arbeit im Garten und in der Natur bereitet mir große Freude. Ich liebe den Geruch von frischer Erde. Die Arbeit im Garten und in der Natur bereitet mir große Freude. Ich liebe den Geruch von frischer Erde. Im Kindergarten spielen wir verschiedene Instrumente. Heute habe ich versucht, Flöte zu spielen. Heute habe ich versucht, Flöte zu spielen. Endlich ist es soweit. Wir können in unser neues Haus einziehen. Mein Vater hat den Haus- schlüssel in der rechten Hand. Endlich ist es soweit. Wir können in unser neues Haus einziehen. Mein Vater hat den Haus- schlüssel in der rechten Hand. Endlich ist es soweit. Wir können in unser neues Haus einziehen. Mein Vater hat den Hausschlüssel in der rechten Hand. Ich habe am Wochenende eine tolle Frau kennengelernt. Morgen sehen wir uns wieder. Ich habe am Wochenende eine tolle Frau kennengelernt. Morgen sehen wir uns wieder. Ich habe am Wochenende eine tolle Frau kennengelernt. Morgen sehen wir uns wieder. Ich muss euch das vorlesen, denn es ist nicht so einfach zu verstehen. Ich muss euch das vorlesen, denn es ist nicht so einfach zu verstehen. Ich muss euch das vorlesen, denn es ist nicht so einfach zu verstehen. Er ist verärgert. Er will nicht mehr mit uns reden. Er ist verärgert. Er will nicht mehr mit uns reden. Er ist verärgert. Er will nicht mehr mit uns reden. Du hast ihn beleidigt. Gutes Aussehen ist mir wichtig. Er ist verärgert. Er will nicht mehr mit uns reden. Ich verwende viel Zeit darauf. Er ist verärgert. Er will nicht mehr mit uns reden. Gutes Aussehen ist mir wichtig. Er ist verärgert. Er will nicht mehr mit uns reden. Ich verwende viel Zeit darauf. Melanie ist die beste Tochter der Welt. Ich habe noch eine weitere Box mit Kugeln für den Weihnachtsbaum gefunden. Versuche es erst gar nicht. Du könntest verlieren. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Musik 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 Vielen Dank.